Jo Leute, was geht ab? Ich bin Samuel wieder auf meinem Kanal und heute machen wir einen neuen Herausforderung von Delta One. Also wir sind hier bei der fünften und letzter Phase, sammle Trashball Fanatical ein. Drei Stück hier sind wir alle auf der Karte markiert. Als erstes müsst ihr hier hin, also bei diesem Ausrufezeichen. Dann hier ist Nummer 2 und dann hier hin. Auf jeden Fall, dann sehen wir uns gleich, wenn wir in einer Runde sind. Leute, das ist der erste Trashball. Nehmen diese Villa hier auf der Karte auf jeden Fall ganz genau hier und einmal Trashball einsammeln. Gehen wir direkt für das zweite. Ja Leute, hier ist ein Trashball-Poster. Einmal einsammeln auf der Karte ganz genau hier. Immer noch beim gleichen Ort und gehen wir direkt für das dritte und letzte. Ja Leute, auf der Karte bin ich beim selben Ort. Also eine war hier. Auf jeden Fall auf der Karte bin ich ganz genau hier. Und so sieht das aus. Schaum, Stoff, Finger. So einsammeln. Drei von drei. Wir gehen zurück zur Lobby. Vielleicht kriegen wir was. Wir machen das aus. Das geht nicht. Drücken mal weiter. Neue Gegenstände halt. Das ist jetzt weg. Guck mal, ich schwung. Guck mal kurz, ganz kurz, die Ladebildschirm. Ladebildschirm habe ich nicht. Auf jeden Fall ist es verpackt. Vielleicht kriegt ihr es dann später, wenn ihr fort mit Neustadt oder morgen. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr seht, dass euch Koffen gefallen. Lasst gerne einen Like, abonniert gerne meinen Kanal. Lasst die Skandal, die ich nicht mehr verpasst. Und ich würde sagen, es euch im Video. Und ciao. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, tschüss.